Herzlich willkommen zu dem Informationsvideo zu den Lehramtsstudiengängen für Grund- und Mittelschule an der Universität Passau. Mein Name ist Matthias Fuchs, ich bin der Studiengangskoordinator für die Lehramtsstudiengänge hier in Passau am Zentrum für Lehrerbildung und Fachdidaktik. Was Sie erwartet? Einmal einen Überblick über den Studienaufbau und Verlauf der Lehramtsstudiengänge für Grund- und Mittelschule. Dann werde ich noch ganz gezielt auf das Orientierungspraktikum eingehen und einen Überblick geben, was Sie alles im Passau erwartet an Angeboten, wenn Sie Lehramtsstudieren. Das Grundschullehramt ist prinzipiell aufgebaut mit einem Unterrichtsfach, das sehen Sie hier grau hinterlegt, mit der dazugehörigen Fachdidaktik und drei Didaktikfächern. Sie studieren hier rosa hinterlegt die Erziehungswissenschaft und die Grundschulpädagogik. Sie absolvieren insgesamt vier Praktika, haben einen freien Bereich, wo Sie ganz frei wählen können, nach eigenem Interesse, welche Kurse Sie noch besuchen wollen. Sie schreiben eine Zulassungsarbeit, eine Art Abschlussarbeit und am Schluss schreiben Sie natürlich die erste Staatsprüfung für ein Lehramt an Grundschulen. Bei den Unterrichtsfächern haben Sie die Wahl zwischen folgenden Fächern, die Sie hier aufgelistet sehen. Eines davon belegen Sie und zusätzlich belegen Sie drei Didaktikfächern, die Sie sich auch wählen können. Hier sind Sie aber stark gebunden an Vorgaben. Das bedeutet einmal, in der Didaktik muss vertreten sein Deutsch, es muss vertreten sein Mathematik und Sport oder Kunst oder Musik. Sollten Sie eines dieser Fächer als Unterrichtsfach wählen, können Sie dieses ersetzen. Zum Beispiel, wenn Sie Deutsch als Unterrichtsfach nehmen, können Sie in der Didaktik ein anderes Fach wählen. Und hier stehen diejenigen Fächer zur Auswahl, die Sie auch als Unterrichtsfach belegen können. Ansonsten können Sie das Grundschulstudium auch noch erweitern. Entweder durch ein weiteres Unterrichtsfach, durch die Didaktiken einer Fächergruppe der Mittelschule, zu der kommen wir dann auch noch gleich, durch die Ethik oder durch die Medienpädagogik. Im Vergleich dazu die Mittelschule. Beim Studium der Mittelschule haben wir wieder auch ein Unterrichtsfach, hier wieder grau hinterlegt mit der dazugehörigen Fachdidaktik, wieder drei Didaktikfächern. Aber hier schon ein Unterschied. Die Didaktikfächer in der Mittelschule studieren Sie mit 54 ECTS, die in der Grundschule mit 36 ECTS. Das heißt, in der Mittelschule haben Sie mehr Veranstaltungen in den Dreierdidaktiken. Dann studieren Sie wieder die Erziehungswissenschaft, die ist identisch wie im Grundschullehramt. Und Sie studieren jetzt natürlich nicht Grundschulpädagogik, sondern Mittelschulpädagogik. In geringerem Umfang wie in der Grundschule die Grundschulpädagogik und dafür mehr der Dreierdidaktik. Sie absolvieren die gleichen Praktika und haben auch einen freien Bereich, bei dem Sie frei wählen können. Eine Zulassungsarbeit steht am Ende eines jeden Lehramtsstudiums und natürlich am Schluss die große Staatsprüfung. Auch hier haben Sie wieder die Möglichkeit, ein Unterrichtsfach zu wählen aus der folgenden Liste. Die Liste ist prinzipiell auch identisch mit der Liste aus dem Grundschullehramt. Nur die Informatik ist hier neu, die können Sie in der Grundschule nicht wählen, in der Mittelschule schon. Bei den Didaktikfächern für die Dreierdidaktik haben Sie jetzt hier anders Deutsch oder Mathematik verpflichtend zu wählen. Dann ein zweites Didaktikfach aus der angegebenen Liste und als drittes Didaktikfach Sport, Musik oder Kunst oder katholische Religionslehre. Das ist auch anders wie in der Grundschule. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, eine Erweiterung zu wählen. Das wäre einmal wieder eines der angebotenen Unterrichtsfächer. Sie können hier jetzt in der Mittelschule durch die Didaktik der Grundschule erweitern. Sie können durch die Ethik erweitern oder durch die Medienpädagogik. Für beide Schularten gilt gleichermaßen, Sie haben eine Regelstudienzeit von sieben Semestern und einen Studienumfang von 210 ECTS-Leistungspunkten. Die Praktika. Zum einen, Sie beginnen mit dem Orientierungspraktikum, auf das ich noch mal genauer eingehen werde. Das ist besonders relevant für Sie jetzt am Anfang des Studiums, da es vor dem Studium absolviert werden sollte. Während dem Studium absolvieren Sie das pädagogisch-didaktische Praktikum in der Regel nach dem zweiten und nach dem dritten Semester, jeweils in der vorlesungsfreien Zeit im September und im März, jeweils zwei Blöcke mit drei Wochen. Anschließend daran kommt das erste studienbegleitende fachdidaktische Praktikum, eines der sogenannten Mittwochspraktika. Wie der Name hier schon sagt, es findet immer Mittwoch statt und wird begleitet durch einen Kurs an der Universität, jeweils in der Vorlesungszeit. Und das zusätzliche studienbegleitende Praktikum ist dann das letzte Praktikum, das ist ein weiteres Mittwochspraktikum, das vom Ablauf her ganz ähnlich zum studienbegleitenden fachdidaktischen Praktikum ist. Alle diese Praktika absolvieren Sie in einem Ihrer gewählten Fächerkombinationen. Zudem hinzu kein schulisches Praktikum, das Betriebspraktikum ist von allen Studierenden verpflichtend zu absolvieren, im Umfang von acht Wochen. Hier ist wichtig, dass dieses Praktikum nicht im pädagogischen Bereich absolviert werden darf. Soll heißen, Sie können es zum Beispiel in einer Schreinerei machen, aber Sie können es nicht in einem Kindergarten machen. Weitere Infos zu den Praktika ganz ausführlich finden Sie auf den Seiten des Zentrums für Lehrerbildung und Fachdidaktik und auch natürlich beim zuständigen Praktikumsamt für Grund- und Mittelschule. Das Orientierungspraktikum. Das ist jetzt für Sie ganz besonders relevant, weil das Orientierungspraktikum soll, muss nach dem Abitur und soll vor dem Studium absolviert werden. Das Orientierungspraktikum hat insgesamt drei Vollzeitwochen, wobei eine Woche in der studierten Schulart absolviert werden soll. Es sind aber mindestens zwei Schularten zu besuchen. Das heißt, Sie müssen mindestens eine Woche in der einen Schulart machen und dann noch mindestens eine Woche in einer anderen Schulart. Die dritte Woche können Sie dann frei wählen. Wir empfehlen immer, schauen Sie sich möglichst viele verschiedene Schulen an. Das heißt, es empfiehlt sich auch jede Woche an einer anderen Schule machen. Wichtig ist, dass jede Woche in sich eine Vollzeitwoche sein muss. Sollte ein Feiertag in dieser Woche sein, muss dieser Tag nachgeholt werden. Die Wochen an sich dürfen Sie aber aufteilen. Das heißt, Sie könnten jetzt eine Woche machen, in zwei Monaten eine Woche und eine Woche in sechs Monaten zum Beispiel. Prinzipiell empfehlen wir immer, dass Sie es vor dem Studium machen. Sinn und Zweck des Orientierungspraktikums ist, dass Sie die Seite der Lehrkraft kennenlernen. Wir waren alle in der Schule. Wir wissen alle, wie es ist, Schüler und Schülerinnen zu sein. Aber beim Orientierungspraktikum sollen Sie sich, bevor Sie mit dem Studium beginnen, noch mal sicher werden in Ihrer Wahl des Studiums und damit verbunden auch der späteren Berufswahl. Und dadurch, dass Sie an verschiedenen Schularten dieses Praktikum absolvieren, sollen Sie auch noch mal reflektieren, welche Schulart für Sie die richtige ist und ob die von Ihnen gewählte auch tatsächlich die für Sie passende ist. Wichtig ist auch, eine Masern-Impfung ist verpflichtend. Um das Orientierungspraktikum abzuleisten, müssen Sie eine Masern-Impfung vorweisen. Und zudem müssen Sie es eigenverantwortlich organisieren. Das heißt, Sie müssen sich selber um die Schulen kümmern. Da reicht eine einfache Anfrage per Mail oder per Telefon ans Sekretariat der Schule, für die Sie sich interessieren. Prinzipiell gilt, dieses Praktikum ist von allen Lehramtsstudierenden zu absolvieren. Das heißt, die Schulen wissen, was sie wollen, wenn sie sich melden. Also scheuen Sie sich nicht, die Schulen anzusprechen. Genau. Bei den verpflichtenden Praktika im Studium könnten Sie auch eine alternative Praktikumform wählen. Jetzt sind wir schon in dem Bereich, was bieten wir Ihnen in Passau. Anstatt des pädagogisch-didaktischen Praktikums, das heißt dem ersten Praktikum, das Sie absolvieren müssen in Ihrem Studium, dem Block-Praktikum, können Sie auch eine Alternative wählen. Das Exerzitium-Pädagogikum, die Lehrwerkstatt oder das Modellcurriculum. Hier ist wichtig zu beachten, für die Mittelschule können Sie nur das Exerzitium-Pädagogikum absolvieren. Lehrwerkstatt und Modellcurriculum geht auch in der Grundschule. Und in der Grundschule natürlich auch das Exerzitium-Pädagogikum. Was ist der Unterschied? Wie ich bereits erwähnt habe, hat das pädagogisch-didaktische Praktikum zwei Blockphasen, jeweils von drei Wochen. Bei den alternativen Praktikumsformen begleiten Sie ein Jahr lang eine Lehrkraft an einer Schule. Das heißt, es ist länger, stundenmäßig länger. Sie verbringen nicht das komplette Jahr ausschließlich an der Schule. Sie werden, in der Regel macht man ein bis zwei Tage in der Woche an der Schule. Die restliche Zeit verbringen Sie an der Universität. Sie sind hier auch sehr frei in der Einteilung. Das kann alles sehr individuell abgesprochen werden mit der Lehrkraft, die Sie im Praktikum betreuen wird. Dadurch, dass Sie fest einer Lehrkraft zugeteilt sind, die Sie ein ganzes Schuljahr über begleiten wird, werden Sie sehr viel umfangreicher betreut in dieser Praktikumsform. Sie haben einen sehr viel tieferen Einblick in das Schulleben, in den Unterricht. Die Praxiserfahrung ist sehr viel intensiver. Und Sie haben eine intensive Einbindung in den Schulalltag und das Kollegium. Das heißt, Sie lernen das komplette Schuljahr kennen. Von Beginn der Planung des Schuljahres bis hin zur Zeugniserstellung am Ende. Wichtig ist hier auch, sollten Sie sich für ein alternatives Praktikum entscheiden, ist kein Orientierungspraktikum notwendig. Das muss nicht absolviert werden, wenn Sie das Exerzitium Pädagogikum absolvieren oder die Lehrwerkstatt oder das Modellkurrikum. Wir empfehlen aber trotzdem immer dringend, machen Sie ein Orientierungspraktikum, damit Sie sich sicher werden können, ob die Berufswahl für Sie die richtige ist. Bewerbung und Einschreibung. Hier würde ich Sie bitten, sich ganz aktuell immer auf den Seiten der Universität zu informieren über die Einschreibe- und Bewerbungszeiten für die beiden Schularten in Grund- und Mittelschule. Sollten Sie sich für Kunst oder Sport als Unterrichtsfach interessieren. Wichtig als Unterrichtsfach nicht, wenn Sie es in der Didaktik wählen. Wenn Sie es als Unterrichtsfach wählen, müssen Sie eine Eignungsprüfung absolvieren. Diese muss bestanden sein, wenn Sie sich einschreiben wollen. Dafür muss diese vorgelegt werden, die Bestätigung. Sie finden alle Informationen über Inhalt und Fristen und Aufbau der Prüfungen auf den jeweiligen Seiten. Für Kunst ist das die Seite des Lehrstuhls für Kunstpädagogik und für Sport wären es die Seiten des Sportzentrums an der Universität Passau. Dort finden Sie ausführlich alle Informationen über die Prüfungen. Was haben wir sonst noch? In Passau bieten wir verschiedene Besonderheiten an, explizit für Sie als Lehramtsstudierende. Am Anfang des Studiums steht der Parcours. Der Parcours ist eine Eignungsberatung für Lehramtsstudierende, die WIHA exklusiv in Passau für Sie anbieten. Es ist ein freiwilliges Angebot. Es findet in der Regel immer kurz vor Vorlesungsbeginn statt. Alle Infos ganz ausführlich finden Sie natürlich immer auf unserer Homepage. Und in dieser Eignungsberatung verbringen Sie einen Tag mit Ihren zukünftigen Kommilitonen und Kommilitonen, mit verschiedenen Aufgaben, die Sie bewältigen müssen und verschiedenen Tests, die Sie absolvieren. Und Sie bekommen am Ende des Tages ein ausführliches Feedback zu Ihren Stärken, zu Ihren Potenzialen, eventuell auch zu Ihren Schwächen und wie Sie an sich arbeiten können und was Sie verbessern können. Es ist ein freiwilliges Angebot, ein kostenfreies Angebot bei uns an der Universität Passau. Es ist auch dazu gedacht, dass Sie zu Beginn des Studiums nochmal reflektieren, warum Sie sich für diesen Beruf entscheiden, ob dieser Beruf für Sie der richtige ist und an was Sie für sich noch arbeiten müssen, um möglichst erfolgreich später in diesem Beruf arbeiten zu können. Ein weiterer Schwerpunkt an der Universität ist die Internationalisierung. Das gilt ganz allgemein für die Universität Passau. Die Universität Passau kann auf über 200 Partneruniversitäten zugreifen für Auslandsaufenthalte für Sie als Studierende und ganz besonders gilt das natürlich auch für das Lehramt. Im Lehramt haben wir zusätzlich zu der Möglichkeit, dass Sie ein Auslandsstudium machen an einer anderen Universität, natürlich auch die Möglichkeiten ein Auslandspraktikum zu machen an einer ausländischen Schule. Je nachdem wo und wann Sie das machen, kann das auch angerechnet werden, in Absprache natürlich immer mit dem jeweiligen Praktikumsamt für die verpflichtenden Praktika im Studium. Wir haben umfangreiche Kontakte ins Ausland, an Auslandsschulen und können Ihnen bei der Vermittlung immer weiterhelfen bei uns am Zentrum für Lehrerbildung und Fachdidaktik. Zudem haben wir gerade das DAAD geförderte Projekt Global Tracks, über das wir Stipendien vergeben können, auch exklusiv für Lehramtsstudierende, für Auslandssemester und auch für Auslandspraktika. Während Ihres Studiums begleiten wir Sie mit Infoveranstaltungen von Anfang Ihres Studiums bis dann auch zum Ende. Wir haben ein umfangreiches Beratungsangebot in verschiedenen Bereichen, das heißt die allgemeine Studienberatung zum Beispiel oder auch wir am Zentrum für Lehrerbildung und Fachdidaktik, ganz explizit die Studiengangskoordination, meine Kollegin Teres Densinger und mich. Wir sind immer für Sie da, wenn Sie Fragen haben. Auch wenn Sie jetzt schon Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Den Kontakt zeige ich Ihnen später noch. Zudem gibt es die Stuvela, die Studierendenvertretung Lehramt. Auch hier finden Sie ein umfangreiches Beratungs- und Informationsangebot zum einen, zum anderen aber natürlich auch Kontakt zu Ihren KommilitonInnen. Hier können Sie sich engagieren hochschulpolitisch und sich für Ihren Studiengang, dem Lehramtsstudiengang einsetzen und mitgestalten. Hier ist die Stuvela sehr aktiv. Auch wenn Sie Beratung suchen von anderen Lehramtsstudierenden und nicht nur von den offiziellen Stellen der Universität können Sie sich immer an die Stuvela wenden. Den Kontakt finden Sie auch auf der Homepage des Zentrums für Lehrerbildung und Fachdidaktik. Auch dort können Sie sich hinwenden. Ansonsten, im Grund- und Mittelschullehramt ganz besonders haben wir das Huckepack und das Tandem. Huckepack im Mittelschullehramt, Tandem im Grundschullehramt. Beides sind ganz besondere Seminarformen, die hier in Passau entwickelt wurden, um Sie schon zu Beginn Ihres Studiums auf das späte Referendariat besser vorzubereiten. In diesen Seminarformen kommen Sie bereits in Kontakt mit ReferendarInnen, die aktuell Ihr Referendariat ableisten und Sie kriegen dadurch schon Einblicke, was Sie später erwarten wird. Das dient zur Vorbereitung und für Sie als Perspektive, dass Sie auch Ihren weiteren Verlauf besser einschätzen können. Zusätzlich bietet es natürlich auch einen vertieften Praxisbezug, weil Sie hier das theoretisch Erlernte an der Universität natürlich auch in der praktischen Umsetzung sofort sehen können an den Schulen. Das Lernpaten, Inklusionspaten und Sprachpatenprogramm ist ein auch besonderes Programm hier an der Universität Passau. Das ist eine Möglichkeit für Sie, sich neben dem Studium bereits zu engagieren. Sie werden hier ausgebildet zu entweder Lernpaten, Inklusionspaten oder Sprachpaten und gehen hinaus an die Schulen und werden dort ganz individuelle Unterstützung für Schüler und Schülerinnen leisten, die einen besonderen Förderbedarf haben. Auch dadurch haben Sie wieder die Möglichkeit, bereits im Studium ganz wertvolle Praxiserfahrungen zu sammeln. Im Grundschullehramt können Sie ein Schwerpunktzertifikat erwerben, je nachdem, wie Sie Ihre Seminare thematisch wählen. Entweder demokratisch inklusive Schulentwicklung, Diversität und adaptive Begabungsförderung, Lehramt international, wie gesagt, ein großer Schwerpunkt bei uns und Bildung für nachhaltige Entwicklung wird inzwischen auch neu angeboten. Zudem im Grundschullehramt haben Sie die Möglichkeit, an großen Exkursionen teilzunehmen. Eine Exkursion ist immer verpflichtend, die kann aber auch nur ganz klein sein, einen Tag lang. Wenn Sie sich dafür interessieren, das zum Beispiel im Ausland zu machen, bieten wir zum Beispiel eine kleine Auswahl der Möglichkeiten, zum Beispiel die Holocaust Education in Jerusalem an, eine Exkursion, oder die Donauwelle in Wien, bei der Sie österreichische Schwerpunktschulen zur Begabungsförderung besuchen werden und dort Einblicke gewinnen. Zudem haben wir das Zentrum für Karriere und Kompetenzen hier am Passau. Das steht prinzipiell allen Studierenden offen, der ganzen Universität. Sie finden hier eine Fülle von Seminaren und Zusatzangeboten, auch wieder ganz freiwillig und ganz kostenfrei, zu Schlüsselkompetenzen, zu IT-Kursen, aber auch zu wissenschaftlichen Arbeiten, wie schreibe ich eine Abschlussarbeit, wie schreibe ich eine Hausarbeit, solche Sachen. Aber auch ganz lehramtsspezifische Angebote. Hier auch wieder eine kleine Auswahl, wie zum Beispiel Stimmbildung. Stimmbildung für Sie ganz wichtig, Sie werden in einem Beruf arbeiten, in dem Sie sehr viel reden werden. Und in diesem Seminar zur Stimmbildung lernen Sie ganz gezielt schonend mit Ihrer Stimme umzugehen und auch, wie Sie richtig atmen und wie die Stimme gut eingesetzt werden kann, damit Sie erfolgreich durch die vielen Jahre Ihres Berufslebens kommen. Es gibt verschiedene Veranstaltungen zur Lehrerpersönlichkeit, aber auch Veranstaltungen, wie man Elterngespräche führt oder auch, wie man schwierige und herausfordernde Situationen mit Eltern zum Beispiel meistert. Die ganze Liste aller Veranstaltungen des ZKK finden Sie auch wieder auf der Seite der Universität Passau und der Zentrum für Karriere und Kompetenzen. Ansonsten bieten wir Ihnen noch über das Projekt Skill.de die didaktischen Innovationslabore. Das wäre zum einen das Klassenzimmer der Zukunft, das Lehrerzimmer der Zukunft und das OER Lab, Open Educational Resources, die ich Ihnen auch kurz nochmal näher vorstellen will. Hier rechts sehen Sie schon ein kleines schematisches Bild vom Klassenzimmer der Zukunft und hier sehen Sie es live aufgenommen, wie es bei uns an der Universität Passau zu finden ist. Was sehen Sie hier? Sie sehen hier einen Raum, der als Klassenzimmer gedacht ist, der aber sich deutlich unterscheidet von den Klassenzimmern, die Sie vielleicht von Ihrer Schulzeit kennen. Sie sehen hier kein vorne und kein hinten. Hier gibt es keine zentrale Tafel, nach der alle Tische ausgerichtet sind. Alle Blicke gehen zur Tafel und zum Lehrer oder zur Lehrerin. Hier haben wir kein vorne und kein hinten. Wir haben ein ganz flexibles Mobiliar, wir haben ganz flexible Tafeln, wir haben ganz flexible Whiteboards, Pinnwände, die Sie alle, je nachdem wie Sie Ihren Unterricht gestalten wollen, in verschiedenen Settings anordnen können. Wenn ein Frontalunterricht gewünscht ist, ist das möglich. Sie können aber auch, wie Sie es hier sehen, wunderbar alles für Gruppenarbeiten zusammenstellen. Sie können den Raum unterteilen durch die verschiedenen Möglichkeiten der Aufteilung mit Trennwänden. Sie können individualisieren, Sie können Gruppenarbeiten machen, aber Sie können auch Frontalunterricht machen. Dieser Raum als didaktisches Innovationslabor ist dazu gedacht, neue didaktische Konzepte zu erproben und zu entwickeln, um die Didaktik an den Schulen weiterzuentwickeln. Was Sie hier auch sehen, ist viel Technik. Sie sehen hier die Laptops, Sie sehen Tablets, Sie sehen Smartboards, Sie sehen hinten eine kleine grüne Wand. Das ist ein Greenscreen für Medienproduktionen und eine Dokumentenkamera. Alles, was das Herz begehrt, finden Sie in diesem Raum. Ein Schwerpunkt nämlich in den didaktischen Innovationslaboren ist die Digitalisierung. Hier ist immer gedacht, wie kann Digitalisierung im Unterricht zusammen gedacht werden. Es geht nicht nur darum, dass man mit einem Gerät umgehen kann, sondern es muss auch reflektiert benutzt werden. Und für Sie als angehende Lehrkraft, es muss auch reflektiert in den Unterricht eingebunden werden. Es nutzt nicht nur ein Whiteboard zu benutzen, sondern wie können Sie das Whiteboard didaktisch sinnvoll im Unterricht verwenden. Dafür haben wir die didaktischen Innovationslabore eingerichtet, um hier neue Konzepte zu entwickeln und auch zu vermitteln an Sie als die Studierenden. Das Lehrerzimmer der Zukunft. Hier jetzt die andere Seite, die Lehrkräfte. Hier sehen Sie auch wieder zwei Bilder, die einen Eindruck vermitteln sollen. Auch hier sehen Sie mobiles Mobiliar, Sie sehen moderne Technik. Hier durch den Laptop hindurch schauen Sie direkt in das Lehrerzimmer hinein, in den sogenannten Cube. Das ist ein Videokonferenzraum. Auch hier liegt der Schwerpunkt auf kooperativem Arbeiten. Das heißt, hier werden Konzepte erprobt, wie Lehrkräfte kooperativ zusammenarbeiten können. Lehrkräfte sind oft Einzelkämpfer. In diesen didaktischen Innovationslaboren soll genau das aufgebrochen werden. Hier werden Möglichkeiten geschaffen mit ganz moderner digitaler Unterstützung, wie Sie kooperativ miteinander arbeiten können. Sie können aber auch natürlich einzeln arbeiten, wenn das nötig ist. Und auch hier bietet der Raum sehr viele verschiedene Möglichkeiten in verschiedenen Arbeitssettings für Lehrkräfte. Und auch hier wieder soll erprobt werden und mit Ihnen zusammen neue Konzepte entwickelt werden. Ganz wichtig, die beiden Räume sind auch Seminarräume. Das heißt, dort finden auch Veranstaltungen der Universität statt, die Sie als Studierende besuchen werden. Der Schwerpunkt liegt darauf auf der Vermittlung von Fachinhalten und Medienkompetenzen. Auf der Verbindung von der Vermittlung der Didaktik, von den entsprechenden Fachinhalten, die Sie fachlich als Lehrkraft vermitteln werden. Und das verbunden mit der Digitalisierung, mit Kompetenzen, wie Sie mit Medien im Unterricht arbeiten können, wie Sie diese einsetzen können und sinnvoll vermitteln können und wie Sie auch reflektierten Umgang den Schülern näher bringen können. Hier Beispiele von Seminaren, die schon angeboten wurden. Hier Hashtag Activism and Social Media Movements, Political Communication in the Digital Age. Oder auch Potenziale digitaler Medien für den Schriftspracherwerb. Also wie können digitale Medien schon angewandt werden, ganz am Anfang des Studiums. Zudem bieten wir einen Geräte- und Medienverleih. Sie können die Technik auch ausleihen und selbst für Projekte einsetzen und verwenden. Und ganz wichtig und nicht zuletzt, dass die didaktischen Innovationslabore ein Treffpunkt für Sie als Studierende sind. Es gibt offene Zeiten, wo Sie einfach hineingehen können, wo Sie ausprobieren können, wo Sie aber auch einfach Kommilitonen treffen können und mit denen in Austausch treten können. Auch zum Beispiel unsere Studierendenvertretung Lehramt trifft sich ganz regelmäßig immer im Klassenzimmer der Zukunft. Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich, wie gesagt, neben der zentralen Studienberatung auch immer an uns beim Zentrum für Lehrerbildung wenden. Einmal meine Kollegin Teres Denzinger oder ich, Matthias Fuchs, stehen für Ihre Fragen zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen eine gute Wahl Ihres Studiengangs und viel Erfolg und würde mich sehr freuen, Sie hier im Passau an einem Lehramtsstudiengang begrüßen zu dürfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.